Der beste Freund Plus – eine heiße Wunscherfüllung Ohne ein Paar zu sein, teilen Annike und Levent sowohl ihre Wohnung als auch ein grandioses Sexleben miteinander. Eines Abends erzählt Levent von seiner heißesten Leidenschaft, zu der die aufgeschlossene Annike sofort bereit ist, sie auszuprobieren. Hierbei wird nicht nur die Jeans, sondern auch der neue Sessel pitch nass. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de